Guten Abend. Heute habe ich die Laptokunde, nachdem ich die Massage von 90 Minuten gemacht habe. Wie war die Massage? Kannst du mir sagen? Sehr, sehr angenehm. Ich hatte schon mal Thai-Massagen in Thailand, allerdings nur eine Stunde ohne Öl. Und mit Öl eineinhalb Stunden ist sehr entspannt, wie ein Wellness-Erlebnis. Und wie war, wenn dir, was dir kann mir Erinnerung, wenn dir zu mir kamen? Wellness und Entspannung und wie ein kurzer Urlaub. Wie kurzer Urlaub. Was denkst du mit warmem Fußball und Infrarot-Sauna? Wie fühlst du dich? Sehr entspannt, also direkt als ich reinkam war wie Urlaub, Wellness. Und die Massage war, du bist so viel tanzen und du bist so viel flexibel. Aber endlich, ich kann so viel gelust. Genau. Wie war die Massage? Kannst du dir sagen, das ist die Thai-Massage sehr gut, nicht nur für Sportmann oder für auch jeder Mensch. Und dann wie war, dass du denkst, das ist gut für Frauen. Genau. Auch sehr gut fürs Tanzen, genau. Und sehr gut fürs Sport. Ja, das ist toll auch, weil das macht deine Muskeln mehr flexibel. Ja, genau. Das ist gut. Und was noch? Schön warm. Schön warm, ne? Und dann richtig genießen. Richtig, genau. Richtig, genau. Ich sag dir, ich glücklich dir, dass du gesagt, Wellness. Weißt du was? Weil die Wellness nicht nur, gehst du zum Hotel und dann Massage. Ja, genau. Wellness bedeutet, wenn du rein kommst, du kannst sehen, du kannst fühlen, du kannst Kopf aus, und nicht langweilig. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Nichts anderes denken. Genau. Nur fokuss dich selber. Und wie du dankbar für deinen Körper lebst. Und mir, das tut weh. Das tut weh. Aber angenehm. Sehr gut weh. Tut weh. Gut tut weh. Gut tut weh. Ja. Aber gut. Aber gut. Sehr gut. Ich freue mich auch, ich möchte dich sagen, wo deine Mann, mich gefunden. Ja. Ich sag ihm. Ja. Ich sag ihm, ich schrei. Und dann sag Danke von Rose. Das sag ich. Weil für mich, ich sehr gerne, dass dir mich empfohlen. Ja. Weil, ich mag, ich hab mir Kunden das richtig, moste Thai Massage machen. Genau. Weil so viel, so viel das unterschiedlich gemacht. Aber bei mir, ich liebe meine Arbeit auch, aber ich kann nicht alles machen. Das stimmt. Aber ich mag, was ich kann. Aber wenn Kunden gerne kommen. Ja. Ich gerne aus. Ja. Ich komme jetzt auch öfter. Ja. Bei dir. Viel zu tun. Viel zu tun. Ja. Bei dir, der Termin bei All Life, der besten. Ja. Wenn Telefon an, ich keine Zeit. Denk mich immer an. Ja. Ich kann nicht. Ja. Ich nur arbeite, wenn ich manchmal, ich fahre drei Minuten am Telefon. Das ist nicht gut, ne? Ja. Deswegen mach Online besser. Ich freue mich und ich bedanke mich. Danke. 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 Das war's.